Die 75. Minute. Der Klub machte auf. Bremen bekam mehr Platz und dann Hans. Manuel Gräfe zeigt sofort auf den Punkt, aber Hans mit einer großen Geste. Er bewarb sich für den Fairplay-Preis der Saison. Gefädelt war von mir. Ja, war aus dem Instinkt heraus. Ich wollte irgendwie die Berührung haben und habe dann auch schnell gemerkt, dass der Innenverteidiger eigentlich noch zurückgezogen hat. Ich habe ein bisschen mit mir zu kämpfen gehabt, aber ich glaube, letztendlich war es die richtige Entscheidung.